Waaat? Wieso kann das denn jetzt hier nicht gebaut werden? Das ist doch scheiße, ihr wollt mich doch verarschen. In der Perlbox kann das sein? Da kanns aber hin. Das schon, ich könnte jetzt gar keine bauen, ey. Den hätte ich aber geheult. Bauen wir mal bitte mit. Wir züchten uns Pelz. Wir züchten uns gleich Pelz. Ich frage mich, ob hier noch irgendwo eine zweite hinpassen würde. Es ist ja bescheuert, dass die Perlbox so viel Platz einnimmt. Von der Größe her. Warum baust du mit Augen zu, Junge? Ich war Stress eingeschlafen, naja. Die Pelz müssen... Eine Torte fehlt. Männlich und weiblich sein, ja. Ja, das macht ja Sinn, ne? Ja. Als Motivation benötigt man eine Torte. Kann ich die kochen, oder? Im Kochtopf? Ja. Torte. Mehl, Milch und Ei. Mühle. Äh... Mühle. Oh, ich hab einen. Ah, nein. Abbruch, Abbruch. Nein, nein, Abbruch. Ich hab ne Mühle. Mal eben pennen gehen. Wo krieg ich denn Milch her? Wo krieg ich denn Milch her? Außer... So einer Kuh gedönst. Aber aktiv Mehl. Äh... Mehl, Milch. Ja. Hatte ich nicht so ein Kuhding mal gefangen? Was kennt der? Okay, der ist Transport, bla bla. Der ist nur für den Stall zuständig. Transport, Transport. Da. Viehf haben und es wird Milch produzieren. Aha. Äh... Dann tu ich einen Hund rein. Ein Feuermann. Hatte jetzt impregniert. War weniger Wasserschaden, okay. Mach mal hier... Produzieren wir Milch, Junge. Nee. Wolle. Wolle. Gegenstände ausgraben. Heier legen. Eier brauchen wir auch, ne? Mhm. Was macht der auf einer Farm? Rote Beeren. Goldmünzen ausgraben. Ich guck gerade, was die alle machen. Nee, du. Zucker, wat? Oh nein. Okay, Leute. Die Pell-Freunde, komm. Ja. Rayhound. Macht euch bereit zum Angriff. Hey, ihr sollt eingreifen. Nein. Der Knight will ich über den Maul oder das Maul. Beruhige dich, Rayhound. Ich nehm ihn mit. Ja klar, Aussage, der Schuss geht noch durch. Ja, na sicher. Nein! Die fucking Gigasphäre verwendet. Ja. Jetzt kann ich aber ein paar davon herstellen, so. Kommen wir dich mal bitte da drum. Dankeschön. Kommst du da nicht raus, aber warum bist du da oben hungrig? Hm. Da, geh essen. Da, du wirst essen gehen. Legst du dich hin und pennt. GG. Da, Stumbo-Ei. Ah, ausgeburte. Perfekt. Fellbad. Dieser Perl lauert seine Beute in den Schatten auf und schließt sie mit seinen mentalischen Flügeln. Was danach unter dem Mantel passiert und warum dessen Innerseits tot ist, bleibt unbekannt. Fellbad. Ja. Fellbad. Sieht cool aus. Bist du noch am Arbeiten? Bist du noch am Arbeiten, ne? Oh, das sieht wirklich geil aus. Fleißig. A-B-Sempo plus 20. Verleiht beim gemeinsamen Kampf sich selbst und ihr die Fähigkeit Lebensraub bei Detail des ausgeteilten Schadens absorbiert und in LLP umgewandet wird. Arzneiherstellung Stufe 3. Not bad. So, sieben Technologiepunkte. Ähm. Go, 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 go. Muskete. Jetzt wird geschossen. Ein dekoratives Einrichtungs-Set. Ich bin für die Muskete. Ich will hier scharf schießen. Minderwertige Munition. Ansonsten. Keine Lager aufgestellt werden und erhöht für Perzen und Lager das Arbeitstempo von Feuererzeugung. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Oha. 50 Erz. Dios mio. Status Punkt. Wir müssen die Ausdauer erhöhen, Tobias. Die mittelgroße Perlsäle muss da oben rein. Wollte ich nicht eben nur auf Erdefarm gehen. Habe bisher super funktioniert, ne? Ne. So, das kommt rein. Achso. Das T-Shirt wollte ich hier mit rein tun. T-Shirt. Fällt die Random Scheiße dran. Wer war hier wieder an der Kiste? Sonstiges. Medizin. Holz und Stein. Stoffsachen, Fasern und das. So. Kochtopf. Torte. Milch und Eier. Oha. Oha. Was ist denn mit dem Mehl? Bewässert das da mal einer? Oder? Kollege. Ja. Du kannst ja bewässern, oder? Also. Okay. Den brauchen wir denn gerade mal weniger. Eck für die aber auch mal weniger. Dafür kannst du bewässern gehen. Fast ein Profi? Ne. Du gehst bewässern. Bist sogar noch größer, ne? Holy shit. So. Geh mal da bewässern. The fuck? Soll ich hier bewässern gehen? Na also, geht doch. Ich brauche Ordnung in der Kiste hier. Ich kann so nicht arbeiten. Äh. Ey. Floppy ist Pflanze. Na. What the fuck? Hier passen hier ganz komische Sachen gerade. Na ja. Egal. So. Du kommst hier hin. Drachengeborener. Sehr schön. Azurobe. Bei Wasser. Flambelle. Was kann sie hier erzeugen? Feierlose. Auch nicht schlecht. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Sie dann auch. Heck für Siere. Ach du gehst hier zu, ne? Ja. Kommst du da hin. Falsche Richtung. Feuerwürbern. Hier mit rein. Nightwing. Du gehst hier mit rein. Ribboni. Alter, du gehst auch mit hier rein. Denk mir im Arsch. Und du auch, ne? Ja. Schatten. Da rein. Vanwürf. 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 Kommandant. Okay. Den tue ich mit hier rein. Das ist meiner. Fleißig für Medizin. Zwar nicht schlecht. Aber. Lass sie erstmal hier. Ja. Will fertigen. Hattet ihr die Dinger fertig gemacht? Wie viele habe ich jetzt? Fünf. So. Dann stellen wir noch ein. Ja. Komm. Stellen wir ein paar her noch. 72 Pfeile. Boah. 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 Ach. Die Muskete können wir mal gucken, wie die herstellen können. Was wir dafür brauchen außerdem auch. Muskete. Metallbarren und hochwertiges Perlöl. Und ein Ei können wir noch brüten. Aber wir können so viel machen, ne? Es ist einfach zu viel. Hier noch ein Jumbo-Ei oder so. Dann nehmen wir das zerfruchtete Ei. Mal sehen, was da rauskommt. Was liegt denn da noch? Poltmünze. So. Ich hab. Ein bisschen Mehl. So. Hätte die Base ja gerne hübscher gebaut, ne? Aber das ist einfach. Zur Zeit nicht möglich. Ich glaub, wenn das Projekt mal vorbei ist und wir da nochmal irgendwann reinschauen werden. Was natürlich der Fall sein wird. Milch und Mehl. Äh. Weil das. Ich will das so ein bisschen wie The Forest machen. Weißt du? Das ist dann so. Wenn da mal wieder. Neuer Kontakt kommt. So ein paar Monate später. Dann. Guckt man da wieder rein. Und macht und tut. Und. Jetzt brauche ich nur noch Eier dafür. Dann werde ich auf jeden Fall anders bauen. Also nicht in so einer Base hier drin. Oh. 51 Paar Sphären. Sehr schön. Milch. Weizen. Tue ich auch erstmal da rein. Das Brot behalte ich für mich. Kann ich wahrscheinlich nichts essen, ne? Aber der ist ein guter Handwerker. Also die ist da am Kühlen. Sehr schön. Die Sphäre nehme ich mit. Damit sollte ich auf jeden Fall erstmal weit kommen. Dann brauche ich. Erz. Hä? Mitkommen. Wir brauchen Erze und. Das saftige Paul Gedönster. Paul Öl. Perlöl weiß ich. Das bessere Perlöl. Ja. Wir können aber Tobion das ein bisschen erkunden gehen. Catrice. Die werde ich mir jetzt als nächstes holen. So. Die ist da vorne, ne? Hä, was ist denn das? Ah, das ist ein Robby. Ein Ruby. Ruby. Ruby Goldboro. Sieht aus wie Wasser, Heini, ne? Oder Schatten. Challenge Stufe 21. Glaube ich Stufe 21. Nightwing. Bushy ist noch. Was passiert da hinten wieder? Naja. Attacke. Sphäre der Kühnheit. Sphäre der Kühnheit. Warum nicht der Kühlheit? Oh Gott. Au, liegt glaube ich Schatten. Aber ich habe eine Kid auf jeden Fall gut auf Rasse. Oh, die Safecore Schatten. Aua. Nightwing. It's your time. Doch nicht zu mir, bist du wahnsinnig. Und Feuer hat sie auch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Richtig sehe. Dann doch vielleicht Chile gleich. Warte. Ja, Chile ist es. Wenn er mal angreifen würde. Sechs Prozent, okay? Catrine, ich mache keinen Mist. Hilfe. Es erfreut mich. Oh mein Gott. Aua. Ich brenne. Ich brenne. Floppy. Alter, ich fache hier gerade ab, ne? Probieren. Geht überstudieren. Au, Jesus Geist. War nicht gut genug. Okay. Was schwebt ihr da oben rum? Komm schon. Let's go. Er ist in Arkanen, Künstlen der Schatten bewandert. Ist am liebsten alles roh und kann Fullmark nicht ausstehen. Easy. Sonst ist hier nichts, ne? Ja. Ja, das war ja leicht. Körper. Haha. Okay. Bushi Stufe 23 ist bestimmt auch nochmal ne Nummer. So, wir können mal gucken, was in die Richtung liegt. Äh... Floppy ist sogar gestorben. Okay. Oh. Der Jörg floppy. Jetzt hab ich Q gedrückt. Ich hasse mich. Ich wollte weh drücken und bin auf Q dabei gekommen mit meinen dreckigen Fettfingern. Ne Megasphäre raus zu sehen geworfen. Ne, ne Gigasphäre sogar. Ach man, kann man das nicht auf irgendeine... Ich kann das bestimmt noch auf eine andere Tasse legen. Kluge Schuld. Ich finde sie irre. Was denn hier ist los? Hört sich an als würden jetzt hier. Wieder irgendwelche Soldaten hinter mir. Krieg ich wieder Angst? Krieg ich Flashbacks in die Miliz? Die sind immer so sauer auf mich. Ein paar Bären einsamen. Äh, einsamen. Einsamen. So, aber die Samen brauche ich nicht. Die können weg. Ey, chick, gib mir ein Ei. Was denn das? Ein Dippmunk? Yes. Boah, das runter zu bauen wäre ein bisschen auch sick gewesen. Wo man halt nicht so viel machen kann, ne? Das ist so ein bisschen schade. Oh, da ist ein Baum. Ein Baum mit der Früchte, der... Ein Baum mit Teufelsfrüchten. Und da sind sogar welche dran. Schau ich sie hoch? Oh, ja... Einfach hierbleiben. Perfekt. Megasphäre und Goldmünchen. Und da sind... Oh. Oh. Her mit den Früchten. Danke. Drachentechnik. Deo, mate. Hab ihn grad geschlachtet. Er nährte sich direkt davon. Nicht mehr gewartet, bis er kalt geworden ist. Hier sehen wir, will ich mitnehmen. Danke. Für mich sind das Seelen. Ganz einfach. Ops. Was ist hier für ein Dundle? Höhle der einsamen Insel. Aber jetzt eine andere Höhle, oder? Boss Stufe 13. Oh, das ist ja wieder dieselbe. Das ist dieselbe, ne? Gibt's nur eine Höhle hier, oder was, ey? Oder ist sie anders? Ja, vielleicht ist sie doch ein bisschen anders. Oh, die ist ein bisschen anders. Bussi, übrigens denkst du, Lebens ins Kampfgebiet rein, damit er mit seinem Feuer auf der Birne... Brenne nieder, Bussi! Ja, du bist es. Oh, das sieht aber anders aus, das Erz. Nein, fertig. Ich komm mit das Erz. Leuchtet grün, ne? Okay, doch nicht. Ist doch nicht anders. Ich find, der sieht so geil aus, ne? Hey, guck mal her. Der ist voll geil, die Falle, ey. Wie viel Platz hab ich denn überhaupt, mir zu nehmen? Hoffentlich genug. Futtler wieder? Jetzt überleg' ich gerade, muss ich zwei Tiere derselben Sorte in so'n Stall reinpacken? Das hab' ich gar nicht gelesen. Stand da was davon? Dass das dieselbe Sorte sein muss? Sonst pack' ich einfach zwei Random Heidys rein. Männer Torte. Können die sich vergnügen und knicki-knacki machen. Doch, da ist ja dieselbe Höhle, oder? Oder nicht? Da sind Killer Marys. Da ist mal ein Eingang gewesen, oder irgendwas. Da sieht's aus wie so'ne Mine. Hier ist so'ne Passage ins... Wasser? Ne, das ist ne' andere Höhle. Tatsächlich ne' andere Höhle. Futtler-Faul-Lens, man kennt ihn. One-Shot. Giftröse. Sehr nett. Der Kalimari wird... Der weich nicht aus, ey. Aber jetzt nicht mehr. Zack. Zack. Her mit deinen Giftrösen. Her mit deinen Drösen. Oh. Oh, boah. Oh. Oh. Aber hier in der Höhle, dann passt das auch ganz gut, ne? Hier so. Zack. 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 Guck'n wir mal, was da ist. Damn. Verdammter Rookie, hau ab. So, 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 so. Was haben wir hier? Ganz viele Fixies. Ein großes Fixie. So, schneller rein in die Masse. So, dann haben wir die schon mal weg. Der fuck? Hat der einfach nur eingegraben? Oh, da backt der da rum. Der backt da rum. Okay. Mitkommen. 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 Geht doch. Oberbergmann, Alter. Ich bin der Oberbergmann. Ein Power kann bis zu drei Fähigkeiten ausgerüstet haben. Neue Fähigkeiten kannst du im Teammenü verleiten. Armbuchsbauplan. Super. Schlaues Technikbuch. Nehme ich. Schaltet das Rezept für Armbuchs episch frei. Der Gegenstand kann vor Ort an mit Hilfe von hochwertigen Werkbahnen gebaut werden. Epische Armbust. Sehr schön. Sehr schön. Minderwertige Munition. Grimtail-Sattel. Und wenn ich den Grimtail sehe, habe ich Grimtail im Kopf. Und Grimtail assoziiere ich immer mit Gronkh. Das war auch ein geiles Display. Ich mag Grimtail. Ich mag Grimtail. Ich mag Grimtail. Oh. Eine nette Kiste. What the fuck? Depresso. Der erste Schein, die Dep... Äh... Also hier. Hier ist das. Leuchtender Depresso. Ähm. Das ist zu viel, oder? Eigentlich wollte ich den gar nicht so damage'n, aber... Antikes Bauteil. Juhu. Ich wollte den eigentlich fangen. Das hat... Äh... Das war ein bisschen zu viel, des Guten. War nicht meine Absicht, den da zu dezimieren. Wilder Rarrookie. Der pennt ja auch einfach um, ne? Ich glaube, ich spinn. Oh, Attacke. Ich würde nicht geschlafen, wenn man... Ein Assi ist. Und die Tiere fangen zum Spaß. Ich lasse ja wenigstens arbeiten. Und habe nur Nutzen. Ich gebe dir wenigstens eine Aufgabe, aber ihr... Ihr seid einfach nur bösartig. Tolle Aufgabe, ne? Alter, chillst du einfach dein ganzes Leben, Alter. Bis zum... Ja, ja. Geil hier. Und dann kommt da so irgendein Heini. Und... Killt dann nachfahren und... Und zwingt sich zum Arbeiten. Hilfe. Perl zerstärken. So. Ich habe ja gar nichts dabei zum Verstärken. Weil es da vorne ist, hat... Auch ein schneller Reisepunkt, ne? Höh. Eier, Mann. Danke. Ich brauche dir eine Eier. Und chillt hier unten an am Strand. Ne Seele. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Wir sind ein Lidl. Achso, ich kann mal wieder hier die Farbe ändern, ne? Mal wieder anpassen, stimmungstechnisch. Man kann... Ich weiß... Man kann das auch, äh... Bei den Nanolives selber machen. Und dass sie sich dem Hintergrund anpassen. Aber das ist immer so... So schnell hin und her. Das sieht dann auch nicht geil aus. Weil da wechselt ja die Farben konstant. Und E. Und das ist auch... Ich hatte das mal bei, äh... Kalisto angehabt. Aber das war mir zu viel. Weil das ist dann so... Ich mag da lieber ein bisschen konstanter. Die Viecher machen mich einfach sauer. Weiß nicht warum. Die haben einfach so ein... So ein Aussehen zum Umbringen. Grintail. Als Boss. Könnte man auch ja was Antikes bekommen, aber das sind ein paar Eier. Da liegt auch ein Ei, aber ich nehme die zwei. Zack. Zack. Fleisch natürlich auch schön. Können wir auch sein Fleisch holen, ne? Gib mir dein Fleisch. So, hör mir dein Fleisch. Horn. So, dann können wir gleich so eine Torte backen. Wo willst du hin, hä? Es gibt kein Einkommen. Es gibt nur den Tod. Voll assi. So, da, 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 da. Der rollt da immer noch. Seine letzte Rolle. Zack. Was soll denn? Erdtechnik-Frucht. Achso. Da wurde mir doch irgendwas vorgeschlagen, dass ich irgendwelche Fähigkeiten ändern kann, ne? Fähigkeiten zum Tauschen wählen. Das war echt die im Eventar-Hab. Eisburg. Drahankanone. Hm. Wo krieg ich denn guten Perlsaft her? Dieses gute Perlöl. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Okay, hier regeneriere ich Leben. Hier bleibe ich erstmal. Also, Ausdauer mein ich. Ist so still, ne? Ohne Musik. Manchmal auch sehr unangenehm. So ganz ohne Musik. Ich hatte mir überlegt, Soundcloud zu holen. Ich weiß noch nicht, ob das nur Worth ist. Für mich meine ich jetzt. Das ist ja schon mehr Worth, wenn man so streamt und so. Aber ich streame ja nicht so viel. Ich nehme ja mehr auf. Und zu neun... 95% haben die Games, aber die ich zocke immer Musik und sonstiges, ne? Toh, kann ich mir gleich holen. Ich guck mal lieber, was da für ein Ei da rum ist. Wir haben aus dem Eiern bis jetzt noch kein Duplikat bekommen, ne? Immer neues Vieh auch. Auch ganz nice. Oder Lucky? Eins von beiden. Mann. Gewöhnliches Ei. Super. Gerade noch gesagt und... Kann ich mich fallen lassen? Und dann wieder reiten? Der fuck ist das? Oh mein Gott. Aua. Alter. Hier sind Bienen. Das ist ne Bienenkönigin. Attacke. Oh, die ist aber auch die Bienenkönigin. Boah. Bienenkönigin mit Zauberstab, ey. BGD, Alter. Aua. Lade doch die Waffen, meine ich nach. Ey, da hinten macht keinen Scheiß. Alter. Ja, dass sie nur trifft. Boah. Es ist so ein Meme Dass die Schüsse noch rausgehen Obwohl die schon wieder in dem Ding da drin Mann Das finde ich scheiße Ja danke Da ist auch so ein Wanderer-Heini Like der ist schon wieder In dem Versuch zu escapen Hat aber noch den Schuss rausgehauen Like what Hier ist ja ne geile Vielleicht ist ne Baumwelt Ach scheiß auf Äh Absteigen Klappt ihn zu reiten Das ist schneller Drecksbiene ey Ehrlich OBS Are you trolling Frag mich ob so ein Flugvogel Auch schneller What the fuck ist das da unten Ach ein Händler Ach ich hab ja gar kein Geld Weil meine Sachen da oben liegen Da ist nur ne Höhle Alles einsammeln bitte Ob hier auch das Inventar sortiert Ich krieg Krise Okay Mal eben zum Händler gehen Wurstung beschädigt Äh Da krieg ich auch die Krise Der fucker da So mein Freund Ich wollte hier nicht angreifen Ich wollte mein Vieh einpacken Ich wollte es nur einpacken Ich wollte ihn gar nicht angreifen Aber ich hab vergessen Dass ein Angriff stattfindet Wenn ich auch den drauf sitze Naja Come the fuck down bro Ist ja gut Ist doch gut Oh Alter Okay Okay Ja ich hab es verstanden Ah Du darfst die Agro jetzt verlieren Bitte Lassen sie mich in Frieden Ah nein Er ist wieder hinter mir oder Ah ne okay Das sind die beiden Der fuck ist das Wumpubotan Ja klar Was machst du jetzt Können wir mal alle bitte chillen Riese des Südens Guten Tag der Herr Wie geht's denn so Bitte Nein Ich wollte schon sagen Mach keinen Miesen Alter Die sind aber auch alle Von 0 auf 100 Direkt Instant sauer Wollte mich da nur ein bisschen umgucken Hier Mir ihn mal von nah an angucken So wie er aussieht Hier wird nicht geguckt Putz Weil er direkt weiß Mir direkt auf Schnauze hauen Der fuck ist das Ich weiß es nicht Hier scheint aber erstmal wieder etwas Ruhe einzukehren So wir müssen auf jeden Fall gleich mal nach Hause fliegen Da ist noch eine Kiste Den nehmen wir mit Was ist hier? Nix Ah Essen Nee Wo ist das Brot? Da Ja genau Wovon ist er in der K.O.? Ich hab mich doch hingestellt Oder war ich wieder einen Zentimeter über dem Boden? Ich will auf jeden Fall einen schnelleren Vogel mal haben Hä Ist hier gar nichts oder was ist hier los? Kein Tier in der Nähe Kämpfe ich nichts Oh absteigen Einsammeln Da fuck Okay hier bin ich in der absoluten Lava Gegend Komm mit Ich hasse dich Ich hasse mich auch Dass das nicht getroffen ist Ja genau Da hat den Pfeil nach So Jetzt kommst du mit Guck mal hier hiebste auf Bälle Und Rubies Ihre Persönlichkeit variiert nach Wassertemperatur Ihrer Heimat Kälpste die in warmen Gewässern geboren worden sind Für gewöhnlich warme Herzchen strotten Da sind sofort Taten dran Angriffsstratege Okay Hier sind wir im richtigen Feuer Gebiet Gut dass mein 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 Wasserhain die K.O. ist Wohl mal ich hier geblieben Du kommst mit So sieht's cool aus Oh mach ich nicht Aua Ja genau Ja genau Ja 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 Nee mach du keinen Scheiß Keine grüne Keine grüne ne Mit komm Let's go Wohlberg ist in den Arkanen Künsten des Lichts bewandert Ist am liebsten alles gut durch Und kann Catress Nicht ausstehen Oder Catrice Ja Ja unten ist wieder so ein Bienen Heini Ich hab Ich hab mein Vieh gar nicht geworfen Ich hab ein Ball geworfen Stun ihn Ich hab mir das jetzt nicht beide einfach nur gehn What the heck is going on Ist mir egal Ja Ich komm jetzt Ja Ja Hau mir noch einen rein Und ich krieg noch Feuerdamage So richtig schön Saftigen Feuerdamage Meine Maus Wenn ich Tut nicht maus Ja Du laberst doch Scheiße Was ist das da oben Das sieht Sorry Ach das ist wieder so eine Bienengarde Ne Mann Meine beschädigte Rüstung Ist halt da Kein Vorteil Den will ich auch mitnehmen Stun ihn Wo ist der andere Ball hingeflogen Ja Alter Der ist noch gar nicht draußen Haut mir schon einen Schuss rein Komm schon jetzt mit Alter Okay die blauen Sphären sind langsam absolut für den Arsch Naja Liga Der Plebs Elisabeth Die sieht ziemlich wütend aus Alter Du 29 Der Leg ich mich lieber nicht an Vor allem nicht mit beschädigter Rüstung Ist da Munition hier Danke Nehme ich gerne So Da vorne ist auch ein Schnellreisepunkt Sehr geil Den nehmen wir mit Und dann ab nach Hause Sachen reparieren Und Vielleicht die Muskete mal bauen Er zerfahren für die Muskete Wie geil er Chillt Oh Gott Oh Gott Ich will ihn nur weg 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 Was ist denn da für ein Boss gewesen Wer das Alter Ist der mit den allen Kommt doch mal wieder runter Und dann teamen die auch noch alle so krass So warte mal Ich kann hier jetzt eine bessere Arbus bauen Ne Das ist so ein Episch Metallbarren und Nagel Hm Klingt interessant Oh So Was können wir Können wir jetzt hier das Kuchen mit uns backen Kann mal bitte einer da die Torte backen Dankeschön So Mal eben kurz gucken Hier bei den neuen Dingern Oberbergmann Eigene Effizienz Bergbau Plus 25 Manchmal Gegenstände ausgraben Ah ja Eigene Angriffe Plus 10 Wenn dieser Porn im Team Zu danke Von Feuertypen erhöht Handwerkstufe 3 Mutig Plus 10 Angriff Der kann auch Holz hacken Aber das ist nicht so Tragisch Wir tun ihn rein Der sieht sick aus Was kann sie Transport Handwerk Tun mal Greyhound raus Und tun mal sie rein mit Bei einem gemeinsamen Kampf Wird die Beute von besiegten Pauls Des Typs neutral erhalten So Du gehst mal arbeiten Junge Wie willst du arbeiten wenn du nicht weißt was du arbeiten sollst Junge Du hast doch gar nicht angefangen zu arbeiten Wovon gehst du denn in der Pause Hä der kann doch Feuer machen oder nicht Bin ich am Trauen So Feuerzeugten Stufe 2 Warte wo wir es denn das Sammeln Eigentlich kann ich Kativier mal raus tun Und irgendwen anders da reinpacken Für Irgendwie für Holz haben Sammeln tun die Leute Genug Leute 95 mehr Sehr schön Wo geht es nur hin Aber Hier gibt es keine Freiheit Hier gibt es keine Komm Tausend Zweihundert Sehr schön Rote Beere Milch Ich esse Müsli Mit Milch Mit Milch Zum Frühstück Bin so Healthy Breakfast Breakfast Okay Okay der ist am anzünden Wir haben eine ganze Menge Milch Milch Aber kochen tut keiner Hallo ich will Das dauert ewig Ich muss sowieso zwei rein tun Die K.O. sind Okay 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 Stufe zwei Stufe eins Kann er gleich noch Brotzen gehen Und die nehme ich mal mit Du mein Freund Achso er kann ja auch Brotzen Stimmt Brotzen mal Nice Er kocht Hast du ein Problem Nein Ich hab kein Problem Wie viel hab ich mittlerweile Elf Ach das Ei Was macht das Ei Es ist fertig Dumut Wenn dieser Perl nicht allzu Sich allzu sehr entspannt Seine Reaktionszeit Ist boselose Auch wenn man ihn mit Würfenschnitte Würf Würde er wahrscheinlich Erst am folgenden Morgen Irgendwas tun Ich hab's glaube ich Nie mal richtig vorgelesen Es ist Immer zu schnell weg Da hab ich mal ein bisschen Probleme Wenn dieser Perl im Team ist Wird der von Angriff Der Typ Erde Pfefferessen Super Die baggen öfter mal rum Ne Oha Geile Nummer Ehrlich Die Torte Braucht er schon länger Wer ist denn besser Beim Brotzen Du oder er Du für zwei Du für zwei Okay Scheißegal So Wenn wir die Torte haben Dann gucken wir mal Wie der funktioniert Dann mit dem Mit dem Bumsen lassen Eier legen Bewässerung Transport Handwerk Handwerkstufe 2 Handwerkstufe 2 Sehr interessant Alles Das kochen Fertig Wer hat dir gesagt Dass du aufhören sollst Zu kochen Ja Soll ich ein Päuschen Okay Bist du einer von uns Ja du bist einer von uns Achso Mein scheiß Invental Kann ich mal aufräumen Baupläne und antik Ähm Bauplan Antik Fähigkeitenfeuchte Zack 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 Mist Hier rein Zack 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 Vielen Dank.